Hier spricht wieder Oster. Es geht weiter mit Don't Starve Together. Dabei sind wieder Show und Grolok a.k.a. Patrick Elle, a.k.a. Weber a.k.a. Unrasiert heute. Jawoll! Hallo! Ich hab letztens hier dieses dreigen Rack einfach abgefackelt, weil ich irgendwie sehr schlau war. Naja, macht ja nix. Trockener, trockener als man es vielleicht haben will. Ja, ich hab's halt gekocht nochmal. Aber jetzt ist die Sanity wieder da. Die guten Nachrichten aber zuerst. Wir haben überlebt. Oh, 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 meine Sanity. Da müssten noch grüne Pilze drin in dem? Nein, leider nicht. Okay. Oh, fuck. Was ist los? So schlimm? Ja, ich hab nur noch drei. Komm her, Show. Isst die mal. Ja, warte. Komm mit, komm mit, komm mit. Achso, du hast schon eine Blumenkrone. Das ist natürlich blöd. Achso, warte mal. Du musst den töten. Ja, aber warte. Ach, du kannst ihn treffen? Klar, der greift dich doch an. Aber der kommt die ganze Zeit wieder. Der Pech. Wie Pech. So, jetzt ist er tot. Also ich konnte ihn eben nicht treffen von... Oh, Mann, ey. Ist das besser? Ja. Ja, ja. 26, ja. Ich such gerade verzweifelt... Das ist komisch, dass meine Santee runtergegangen ist. Ich hab nichts gemacht, denke ich. Weiß auch nicht, warum. Weil ich wollte schon sagen, du warst gerade noch so gut in Butter und auf einmal... Ja, Tag 7 kommt. Oh je. Ich will ja nichts sagen, aber wir sollten nicht so oft durchs Wurmloch springen. Nee, das ist jetzt... Jetzt nicht mehr, ja. Das ist auch gefährlich. Also ich hätte nicht durchspringen dürfen, dann hätte meine Santee... Ja, egal. Aber... So, warte mal. Ich pflanze mich alles an. Aber meine Santee ist jetzt auch wieder besser. Nur mein Hunger ist jetzt ein bisschen schlechter als meine Santee. Das mit dem, das mit dem, das mit dem, das mit dem, das mit dem. Mit dem Teich neben unserem Lager geht mir tierisch auf die Kröte. Ja, ne? Kann man den irgendwie dröcknen lassen? Bau mal irgendwie eine Angel und dann kannst du angeln nachts. Oh, jetzt wird es auch noch Nacht. Wir können eine Angelwohnung nachts fischen. Stopp, der mag dich. Das ist doch perfekt. Ja, ich brauch ne Waffe. Achso, ja. Nein, wir können leider keine Waffe bauen. Kannst du ne Waffe was denn schreiben? Mache ich gleich, Moment. Hast du Twix oder haben wir irgendwelche in der Kiste? Twix haben wir in der Kiste, glaube ich. Ja, ich hab die dabei. Ich geb die euch mal. Hier ist noch ne Axt, bitte. Holt die mal. Shit, schau. Ich lauf das mal bis im Kreis. Ja, ich mach mal ein bisschen mehr Feuer gerade. Ich könnte mal meine Axt holen, wenn ihr Bock habt hier. Warum freifft er dich an? Äh, ne, der greift mit dir an. Ah, der stirbt gerade. Ja, der ist mitten im Feuer. Halt auf die Xenity ab, ne? Oh, da ist noch einer. Show. Äh, oh Gott. Was ist mit dem? Der ist gefährlich. Ach, ne. Ja, ich... Waffe, 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 Waffe. Ich kann dir nur meine geben. Aber hast du viel Leben? Ne, ja... Wie viel? 29. Ah, das ist nicht viel. Äh, ich guck mal eben, was ich gerade bauen kann, um ein bisschen Leben zu regenerieren. Oh Gott, wieso ist der so schnell? Boah, ich würde gerne Salbe bauen oder so, aber ich hab nichts, Alter. Wir haben Salben, wir haben Honig-Dingsbums und, äh... Honig haben wir auch. Ja, ja. In der linken, in der linken. Warum geht denn jetzt diese, äh, Regenanzeige nach oben? Ja, weil du nass wirst, weil's regnet. Ach ja, ich seh's. Oh je. Aber wir haben keine Asche, Show. Oh, Asche auf mein Haupt. Ah, ich hab... Ich hab... Warte mal, ich hab... Ich will nicht wieder sterben. Aber ich hab Kohle. Ich hab Kohle. Ne, Kohle ist egal, ich mach Asche. Okay, okay, sehr gut. Dann zünden halt Maumann. Ah! Ja, ist das nicht eigentlich das gleiche, Kohle und Asche? Nein. Was ist das, was ich meine? Nein, nein, nein. Dann definitiv nicht. Okay, ich geh hier durch. Kohle ist in fester Form. Asche ist Staub. Nein! Schlägt sie doch wenigstens. Ich kann sie nicht schlagen, ich geh dann drauf, Show. Ach so, du gehst drauf. Ich dachte, die gehen trotzdem auf mich, wenn du sie schlägst. Nee. Okay, das war's. Oh mein Gott. Wieso ist meine Sanity auf einmal so runtergegangen? Weiß ich nicht. Also gut. Leute, ihr seht mich jetzt entweder 10 Folgen einfach nur rennen. Aber ihr könnt mich eigentlich beleben, oder? Oh, aua, aua, aua. Wir haben doch genug Sachen zum Wiederbeleben, oder? Ja. Jetzt haben wir drei von den Viechern im Arsch. Ach so, mit meinem Bart geht das locker. Ja, Show was killed bei Kraling Horror. Warum mit deinem Bart? Was hat dein Bart damit zu tun? Ja, das ist Silk, mein Bart. Ja, aber mit Silk kann man niemanden wiederbeleben. Ja, aber mit Salve. Salve? Naja, genau. Ja, aber die kannst du auch nicht aus der Silk machen. Deswegen. Äh, die verfolgen euch doch nicht. Nee, mich, mich verfolgen die. Wieso das denn? Weil ich die Sanity nicht lauere. Doch, Sanity. Oh, hier hab ich... Also ich hab die Sanity nicht lauere, aber irgendwie hat der gerade Lust auf mich. Kein Plan. Ach so, hier pflanzt wieder einen Dreierstreich, wo wir sterben. Ich muss Feuer anmachen in irgendeiner Form. Verfangte... Verfangte Funky Funk. Ich kann leider kein Feuer machen. Ich hab gerade etwas gepflanzt. Und er pflanzt Sachen an. Nein, ich hab gerade das... Spinner ist ganz weit weg angepflanzt. Sehr gut. Okay, Moment. Lass mich eben... Lass mich mal kurz überlegen, Show. Ja. Oh, scheiße, ich verhunger gleich, oder? So, erstmal Monster-Meet kochen. Ähm, okay. Monster-Meet ist gut. Das kann ich immer essen. Das ist echt geil. Ja, das ist gut. Beste haben wir diesmal nicht. Wie viel Leben hast du denn, Patrick? Äh, ich, äh... Ja, eigentlich... Warte mal, ich hab 100. Reicht schon. Nur die Sanity ist gratis. Nein, nein, du hast 100 Leben. Ja. Okay. Dann solltest du... Dann solltest du jetzt... Dann solltest du jetzt Show wiederbeleben, ja. Ich? Ja, ich hab noch 14 Leben. Ich kann es nicht. Ich hab nicht genug Leben. Du brauchst... Oh Gott, die Sanity macht mich irre. Los, Patrick, helf mir! Ich glaub, ich setz die Krona auf. Ich hab mich jetzt auch angegriffen. Oh Mann. Okay, wie krieg ich das jetzt gebacken? Und wir haben sogar gleich Hunde am Arsch. Wir haben... Wir haben eine neue Situation. Ah, klasse. Ich geh mir erstmal ein bisschen Essen holen, ne? 19. Essen haben wir genug im Kühlschrank. Komm zurück. Nein, ich möchte irgendwie weglaufen. Essen ist nicht das Problem. Vielleicht... Vielleicht hauen die ab oder so. Ich glaube nicht. Ich auch nicht... D, äh, hier. Beleb mich mal wieder. Da kann ich wenigstens helfen. Wie kann ich denn dich wiederbeleben? Mit was? Ja, hiermit. Damit. Und dann muss... Wie heißt das? Telltale H. Das ist direkt bei Überleben das allererste. Ja, wie sieht das Symbol aus? Ich hab grad irgendwie Stress. Das dritte Symbol links und dann das erste Symbol ganz oben. Das mit dem Strick. Ja. Genau, okay. Und dann das allererste oben. Das kostet dich aber 40 Leben. Ja, ich komm zurück und schlag den weg. Ist eigentlich egal, ob das 40 Leben ist. So, ich muss jetzt hier halt... Ich kann jetzt hier nicht so lange stehen. Ah! Ah, ah, ah. Also, ich glaub, das wird nix. Also, ich hab noch 10 Leben, aber egal. Was? Ich hab jetzt hier in 50, weil er mich geschlagen hat. Das ist Drecksviech. Wie... Ja, wenn du kein Leben mehr hast, kannst du hier nicht wiederbeleben. Äh, darum geht's doch. Ich lass euch einfach rechtsklick machen, oder was? Ja, du musst das einfach... Nein, du musst das bauen und dann musst du das Show geben. So, hier. Yay! Ich hab ein Herz. Ah, jetzt ist es endlich weg. Meine Sanity ist 100%. Ja, klar. Oh mein Gott. Du hast schon wiederbelebt. Ah, das ist echt... Sag ich ja. Ja, also, ich... Sorry, Show, dass ich das so lange gebraucht hab, aber... Ja, ist okay. Das Problem war einfach, dass das Viech mich die ganze Zeit verfolgt hat. Ich konnte nix machen. So, ähm... Wie hieß denn mit Cut Grass? Haben wir... Wer hat noch viel Cut Grass? Ich hab noch eins. Ich hab drei. Und Twix hab ich auch. Hier, Twix. Nee, Twix ist egal. Ich brauche nur Cut Grass. Hunde haben wir nämlich bald. Das ist nämlich das nächste Problem. Danke. Ah, verdammt. Rasier dich mal, rasier dich mal. Patrick, da hast du auch Sanity besucht. Wir müssen ja mal Ding geben hier. Rasierer. Hab ich denn überhaupt noch? Rasierer ist in der mittleren Kiste. Hey, das ist in der linken Kiste. Achso, in der linken. Okay. Hm. Sanity ist echt... Ich muss erst mal was mampfen hier. Drei Seile. Oh, ist das... Es ist echt gut, wenn man wieder Sanity 100 hat. Aber jetzt ist halt... Jetzt tickt mein Leben irgendwie so. Ja, du bist halt angeschlagen. Ja, ist eigentlich... Hat sich gelohnt. Für Show hat sich immer alles gelohnt. Ja, ich danke dir. Äh, achso, Show. Ja. 100 Euro in die ich... Ich werde auf keinen Fall sterben, Kasse. Ich bin aber... Ich bin aber... Aber ich konnte mir das gerade nicht erklären. Wieso? Ich auch nicht. Kein Plan. Ich... Oh, Froschmensch. Nein, nur Frosch. Ey, das Bild ist auf einmal irgendwie so... Irgendwie noch HD, Alter. Oh, du Feuerwehr. Wo ist er denn? Ey, ich treffe ihn nicht. Wenn ich hasen töte... Da kommt der nächste... Da kommt der nächste Show. Vorsicht. Alles verknappt. Oh, nein. Ich könnte... Ich könnte noch einen Telltay-Hert bauen. Ja, das ist gut. Ich bräuchte eins hier. Was ist das? Hast du hier noch Papyrus? Hast du mehr Leben, Show, oder ich? Ich hab 22. Also, ich hätte 5,40. Ich müsste es dann machen. Ah, so. Ey, wo mache ich das denn nochmal? Ich muss mal kurz hier hin. Hier beim Streck und dann oben, ne? Warum habe ich es denn nicht überwacht? Oh, jetzt habe ich nur noch 5 Leben. Es könnte mein Ende folgen. Da war... Danke. Egal, ey. Diesmal ist der Patrick unser Retter. Ja. Ja, ich bin eigentlich... Webber ist eigentlich voll geil. Dann hast du so... Ne? So... ...Pilk, die ganze Zeit und das andere. Was bringt denn der Papyrus hier? Das andere hast du ja nicht die ganze Zeit. Das andere haben wir... ... haben Schro und ich geholt, weil dieser komische Metallmeister da gewütet hat ohne Ende. Naja. Oh, danke. So, hier Papyrus. Holt mal dein Papyrus. Was denn? Eins. Das müsstest du noch in der Tasche haben. Kann ich mein Leben regenerieren. Rote Pilze? Ich habe 22 Leben, ja. Es ist jetzt irgendwas, so. So, ich gucke mal die Seeds. Ah, hier habe ich noch einen Spider-Gland. Ich brauche mal wieder in die Kiste rein. Okay. Hm. Hm. Ich habe echt gerade Probleme mit vielen... Mit einigen Dingen. Ja. Mit den Nerven auch. Auch, ja. Mein Problem ist jetzt einfach meine... Problem ist jetzt einfach meine Gesundheit. Meine Sanity ist okay, mein Hunger ist so halb okay. Ich hatte irgendwie... Ich hatte irgendwie Seile mit. Wo sind denn die hin? Seile? Ja, ich habe die. Vier, bitte schön. Dankeschön. Ich wollte noch so einen Dreigen Rack bauen. Noch einen zweiten vielleicht. Weiter wäre noch okay. Kann man den... Kann man den... Das Essen da holen oder wann kann man denn das holen? So. Das sieht dann ein bisschen anders da aus. Ah, okay. Ist noch nicht fertig. Aber bald ist fertig. Das sieht dann aus wie gekocht. Oh, meine Freunde sind gekommen. Ah ja. Kommt mal mit. Ich habe hier rechts, das habe ich angepflanzt, das Nest. Ich habe gedacht, du schlägst Patrick. Ja, das habe ich angepflanzt, das Nest. Warum? Es schlägt uns. Damit wir die Silk haben dann, wenn wir die töten. Okay. Damit ich Fleisch habe, weißt du? Ja, das stimmt, ja. Weil ich brauche ja auch irgendwie was essen. Ey, der Vogel da, der ist unser Zeugs da weg, glaube ich. Nee, der kann ja nicht. Achso, Twix gibt es jetzt auch immer ganz... Ich könnte mich so halt selbst versorgen. Hier unten, ne? Ah ja, okay. Gut. Gut, gut. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt gleich kommen die Viecher. Ich glaube noch ein Sharkhole. Ich kann mir nicht mal eine Waffe basteln. Hast du Sharpstone? Die sind in der Kiste, glaube ich. Ja, ich kann hier eine Waffe basteln. Ich finde, wir sind jetzt irgendwie viel schneller vorwärts gekommen als ganz am Anfang. Finde ich jetzt. Ja, irgendwie schon. Dieses Mal hatten wir ein bisschen Glück. Ja, Glück und viel weiter. Das Problem ist, wir haben immer noch keinen Pupi gefunden. Das ist ein Problem. Aber nicht genug, oder wie? Nee, die sind ein ganz normaler Pupi. Wir haben einfach keine Beefelos und die Schweine füttern. Das ist natürlich, du verfütterst dein eigenes Essen oder deine Sanity an die, ne? Ja. Warum die Sanity jetzt? Ja, weil du die, entweder kannst du die, ja, Essen an die verfüttern oder halt Blumen. Ich müsste dann das Essen... Kann man sie nicht trocken, gleich. Oh, ist so dunkel. Hat der Mannholz? Ja, ein bisschen Gras habe ich gerade und Holz habe ich gerade in die Truhe gelegt. Moment, okay. Sehr gut, dann würde ich auch sagen, war es das für diese Folge? Würde ich sagen. War echt spannend genug. Hat denn seine, seine Küsse, seine... Ich, ich habe meinen Ruck. Webber hat der Held, der nur noch sieben, neun Leben hat. Ja, ich nenne diese Folge Webber der Held. Ja, definitiv. Oh, ich habe ein Geschenk, wartet mal. Okay, wir warten auf dein Geschenk, schon. Yay, was kriege ich denn? Was kriege ich denn? Mit welcher Euphorie, indem man das Paket aufmacht, ist so witzig. Hey, ich habe ein Rock. Was? Ich habe einen täglichen Glückwunsch. Zieh ihn an, zieh ihn an, zieh ihn an. Okay, warte. Und? Yay. Ja. Okay. Gut, alles klar. Dann verabschiede ich mich. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Sexy, ey.